Hallo, ich bin Marcel Davis. Das bin nämlich ich, der neue Leiter für Kundenzufriedenheit. Seit 16 Jahren arbeite ich bei 1&1. Ich war dabei, als wir als erste kostenlos WLAN angeboten haben. Fair und transparent. Seit 16 Jahren arbeite ich bei 1&1. Und wenn bei Ihnen irgendetwas nicht richtig läuft, bringen wir es zum Laufen. Ich bin Marcel Davis. Fair und transparent. Seit 16 Jahren. Das bin nämlich ich, der neue Leiter für Kundenzufriedenheit. Wenn Sie eine Frage zu Ihrem 1&1 DSL-Anschluss haben, dann rufen Sie an. Kostenlos. Fair und transparent. Ich bin Marcel Davis. Der neue Leiter für Kundenzufriedenheit. Und wenn bei Ihnen irgendetwas nicht richtig läuft, bringen wir es zum Laufen. Wenn Sie mit einem Produkt nicht hundertprozentig zufrieden sind, verbessern wir es. Ich bin Marcel Davis. Der neue Leiter für Kundenzufriedenheit. Und wenn bei Ihnen irgendetwas nicht richtig läuft, bringen wir es zum Laufen. Wenn Sie mit einem Produkt nicht hundertprozentig zufrieden sind, verbessern wir es. 1&1 1&2 2&1 3&4 3&4 6&6 8&6 9&7 9&7 9&6 106